Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute spielen wir ein Kinderlied, Hänsel und Gretel, aus den gleichnamigen Märchen von Hänsel und Gretel. Die rechte Hand hat fünf Töne, die linke Hand begleitet immer mit dem C oder mit dem G. Ich spiele euch das Lied einmal vor. In einer zweiten Variante spielen wir dann die linke Hand immer in halben Noten. Das hört sich dann so an. Und so weiter. Wir fangen an. Los geht's an die Tasten. Die rechte Hand von Takt 1 bis 4. Der kleine Finger liegt auf dem G. Wir spielen. Mit dem Finger 5, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Spiel die rechte Hand mit und sprich die Namen der Finger laut. Und 5, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Drück jetzt auf Pause und spiel es noch dreimal für dich allein. Wenn du soweit bist, dann schalte auf Play und wir spielen weiter ab Takt 5. Takt 5 bis 8, rechte Hand. Na, merkt ihr was? Es ist gleich mit der ersten Seine. Nur der letzte Ton, das C hat drei Schläge. 1, 2, 3, 4. Und auf die 4 noch ein 10. Es geht weiter. Takt 9 bis 13. 2, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5. Drücke auf Pause. Spiele diese Zeile dreimal für dich allein, wenn du soweit bist. Drücke auf Weiter. Nach der dritten Zeile wird die vierte noch einmal wiederholt. Sie ist identisch mit der ersten Zeile. Die lasse ich jetzt weg. Die linke Hand hat nur zwei Töne. Ihr seht im ersten Takt das C im zweiten Zwischenraum und im zweiten Takt auch ein C und im dritten Takt das G mit dem Daumen. Ich spiele in der ersten Version jetzt in ganzen Noten C. C, 2, 3, 4. D, 2, 3, 4. D, 2, 3, 4. C, 2, 3, 4. Immer C und G. Ich brauche es euch nicht im Einzelnen vorzumachen. Wenn ihr nicht genau wisst, wann die linke Hand drankommt, dann klopfen wir auf 1 im Takt. Wir zählen laut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ihr zählt weiter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. Wenn das klappt mit dem Klopfen, dann gehe ich mit der linken Hand auf die Tastatur und spiele 1, 2, 3, 4. Immer in diesem Takt. Ich spiele die rechte Hand mit. Und du spielst die linke. 1, 2, 3, 4. C. Und du spielst die linke. 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 Und du spielst Geh und sieh. Drück auf Pause und spiele es für dich, solange bis du es flüssig spielen kannst. So, das war Hänsel und Gretel mit der Begleitung Ganze Noten in der linken Hand. Da es aber recht langweilig klingt, machen wir noch eine Version und spielen die linke Hand in halben Noten. Das heißt, immer auf 1 und auf 3. Es sind 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut gemacht, wenn das so klappt. Ihr könnt natürlich auch klatschen auf 1, 2, 3, 4. Ich habe geklopft, weil ich an der anderen Hand spielen muss. Ich spiele mit der rechten Hand die Melodie. Ihr spielt die linke Hand folgendermaßen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und von vorne. 1, 2, 3, 4. Sollte G E Geh G D Noch einmal zum Mitspielen. Wenn ihr es noch nicht schafft, dann macht mal einen Durchgang und klatscht mal mit. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, vier. Das war Hänsel und Gretel mit zweierlei Begleitungen. Ihr könnt euch auch noch andere Begleitmuster überlegen. Etwa eins, zwei, drei, vier. Das hört sich dann so an. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Oder in irgendeiner anderen Variante. Tschüss.